Heute für euch eine Zusammenstellung aus drei Harry Potter Lebensgeschichten, einmal für Remus Lupin, für Ronald Weasley und für Luna Lovegood. Viel Spaß! Im heutigen Video werden wir das Leben von Remus Lupin durchleuchten und versuchen alles zu verstehen, was in seiner Lebenszeit vor sich ging. Und das war eine ganze Menge. Und jetzt lasst uns ohne weitere Umschweife mit dem Video starten. Remus Lupin wurde am 10. März 1960 geboren und wuchs in einer Zaubererfamilie auf. Sein Vater war ein Zauberer und seine Mutter eine Muggelstämmige, was in der reinblütigen Zauberergemeinschaft oft auf Ablehnung stieß. Bereits in seiner frühen Kindheit stellten seine Eltern fest, dass er ein Werwolf war. Und sie entschieden sich, ihn zu Hause zu unterrichten, um ihn vor der Diskriminierung und dem Risiko einer Infektion anderer zu schützen. Remus fand jedoch Trost in der Welt der Bücher. Und lernte schnell, wie man zaubert und Zaubertränke braut. Auf die Werwolf-Angelegenheit kommen wir aber später nochmal zurück. Als Remus 11 Jahre alt war, erhielt er seinen Brief zur Aufnahme in Hogwarts und war sehr begeistert, eine Schule zu besuchen, wo er sich sicher fühlen konnte und gleichzeitig sein Wissen und Können erweitern konnte. Schließlich erlaubten seine Eltern, ihm die Schule zu besuchen. Allerdings hatte Remus auch hier Probleme, da er seine Werwolf-Identität geheim halten musste. Er hatte niemanden, mit dem er darüber sprechen konnte und musste sich häufig aus gesellschaftlichen Veranstaltungen zurückziehen, um seine Verwandlung zu verbergen. Als Kind war Remus ein talentierter Schüler und wurde ins Haus Gryffindor eingeteilt. Lupins Freunde James Potter, Sirius Black und Peter Pettigrew entdeckten schließlich seine Geheimnisse und Fähigkeiten und boten ihm an, sich ihnen als Animagi anzuschließen, um ihm zu helfen, seine Verwandlungen zu kontrollieren und damit er nicht so alleine war. Er akzeptierte das Angebot und die vier Freunde verbrachten viel Zeit damit, ihre Animagi-Fähigkeiten zu trainieren. In Hogwarts war Lupin ein brillanter Schüler und bekam gute Noten in den meisten Fächern, besonders in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Er wurde später auch zum Vertrauensschüler ernannt. Allerdings hatte er mit den Vorurteilen und Diskriminierung aufgrund seiner Krankheit zu kämpfen. Nachdem Voldemort an die Macht gekommen war, schlossen sich James, Sirius und Peter dem Orden des Phönix an, um gegen ihn zu kämpfen. Lupin war zu dieser Zeit nicht im Orden, da er aufgrund seiner Werwolf-Identität Schwierigkeiten hatte, Arbeit zu finden und in der Zaubergesellschaft akzeptiert zu werden. Jedoch wurde Lupin von Elvis Dumbledore, dem Anführer des Ordens, im Jahr 1977 eingeladen, dem Orden beizutreten, nachdem dieser von seiner Existenz als Werwolf erfahren hatte. Dumbledore erkannte Lupins Tapferkeit und seine Fähigkeit, gegen die dunklen Künste zu kämpfen und war der Meinung, dass er eine wichtige Rolle im Kampf gegen Voldemort spielen würde. Lupin trat also dem Orden des Phönix bei und trug dazu bei, wichtige Informationen über Lord Voldemort und seine Anhänger zu sammeln. Er war auch Teil von verschiedensten Missionen und Kämpfen gegen die Todesser, darunter auch die Verteidigung von Hogwarts während des Kampfes um die Schule in Harry Sieb dem Schuljahr. Lupin war ein wichtiger Teil des Ordens. Er war während des Ersten Krieges gegen Voldemort ein wichtiger Teil des Widerstands und kämpfte tapfer. Nach dem Ende des Krieges gegen Lord Voldemort und dem Sieg des Guten über das Böse im Jahr 1981 heiratete Remus Lupin seine große Liebe, Nymphedora Tonks, die er während des Krieges kennengelernt hatte. Zusammen bekamen die beiden einen Sohn namens Teddy Lupin. Allerdings war ihre Ehe von Anfang an schwierig, da Lupin immer noch von seiner Vergangenheit als Werwolf geplagt wurde und sich seiner Rolle als Ehemann und Vater unsicher fühlte. Während der Herrschaft des Ministeriums, das von den Todessern unterwandert wurde, wurde Remus Lupin zu einem der meistgesuchten Zauberer in Großbritannien erklärt. Aber kommen wir einmal zurück zu dem Thema, warum Remus Lupin eigentlich überhaupt ein Werwolf war. Im Jahr 1965 wurde Fenrir Greyback ein berüchtigter Werwolf vom Zaubereiministerium zur Befragung vorgeladen, um über einen Angriff auf zwei Muggelkinder auszusagen, bei dem diese ums Leben gekommen waren. Greyback konnte alle Ministeriumsmitarbeiter täuschen und ihnen weismachen, er habe nichts damit zu tun gehabt, außer einem. Lyle Lupin konnte körperliche Besonderheiten an Greyback feststellen, die auf einen Werwolf schließen ließen. Dies veranlasste ihn, den Ausschuss zu bitten, dass Greyback bis zum nächsten Vollmond, der nur noch einen Tag entfernt war, in Gewahrsam genommen werden sollte. Die anderen Ausschussmitglieder waren sich einig, dass diese Vorsichtsmaßnahme unnötig war und in dieser Phase begann Greyback, Lupin zu verspotten. In seiner Wut begann Lupin, Werwolf als seelenlos, böse und nichts als den Tod verdient zu bezeichnen, etwas, das Greyback nie vergessen würde. Nach Lyle Lupins Wutausbruch wurde er aus dem Raum verwiesen und Greyback wurde daraufhin freigelassen. Doch bevor der Zauberer, der ihn aus dem Untersuchungsraum begleitete, einen Erinnerungszauber auf Greyback anwenden konnte, überwältigte ihn Greyback und floh zusammen mit drei anderen Wehrwölfen. Von diesem Tag an begann Greyback sein Rache an Lyle Lupin zu planen. Dem Zauberer, der so unverblümt gesagt hatte, er verdiene nichts als den Tod. In einer schicksalshaften Nacht drang Greyback durch ein Fenster in das Haus der Familie Lupin ein und griff Lyle's Sohn Remus an, der noch nicht einmal fünf Jahre alt war. Lyle erwachte, als er etwas hörte und ging direkt zum Zimmer seines Sohnes, wo er mächtige Zaubersprüche sprechen musste, um Greyback loszuwerden. Doch leider war es für die Familie zu spät. Bevor Lyle eingreifen konnte, war es Greyback gelungen, Lyle's Sohn Remus mit Lykantrophie zu infizieren. Das bedeutet natürlich, dass Lyles eigener Sohn ein Wehrwolf geworden war. Es war nie seine Absicht, Remus zu töten. Er wusste genau, was er tat, als er ihn infizierte. Sein Handeln war die ultimative Rache, an dem man, der so offen zum Ausdruck gebracht hatte, dass alle Wehrwölfe nichts als den Tod verdienten. Remus' Eltern brachten ihn zu verschiedensten Heilern, um ihn zu heilen. Aber leider gab es bis zur Entdeckung des Wolfsbandtrankes nichts, was den Fluch auch nur annähernd unterdrücken konnte. Ich war ein sehr kleiner Junge, als ich den Biss erhielt, sagte Remus. Meine Eltern haben alles versucht, aber damals gab es noch kein Heilmittel. Der Trank, den Professor Snape für mich gebraut hat, ist eine ganz neue Entdeckung. Es schien unmöglich, dass ich in der Lage sein würde, nach Hogwarts zu kommen. Andere Eltern würden nicht wollen, dass ihre Kinder mit mir in Berührung kommen. Remus' Infektion mit Lycanthophie bedeutete, dass auch er ein verfluchtes Leben führen würde. Ein einsames Leben voller Verurteilungen. Es war nur Elbe Stumbledore zu verdanken, der für Remus eine besondere Unterbringung arrangierte, dass Remus in Hogwarts leben konnte. Remus und seine Familie waren gezwungen, unter ständiger Flucht und Versteckspiel zu leben. Es war eine äußerst schwierige Zeit für Lupin, der sich seiner Verantwortung als Vater und Ehemann bewusst war, aber gleichzeitig nicht die Sicherheit seiner Familie gefährden wollte. Lupin war schließlich in der Lage, seine Situation zu verbessern, als das Ministerium unter Kingsley Shacklebolt befreit wurde und die Todesser besiegt wurden. Er wurde zum Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste an Hogwarts ernannt, einer Position, die er sehr schätzte und genoss. Im Jahr 1993 wurde Lupin von Albus Dumbledore, dem Schulleiter von Hogwarts, beauftragt, Harry Potter in Verwandlung zu unterrichten. Während dieser Zeit wurde Lupin von Harry Potter, Ronald Weasley und Hermine Granger als guter Lehrer und Mentor geschätzt. Er hatte auch eine besondere Verbindung zu Harry, der seinen Eltern James und Lily Potter sehr ähnelte. Im Jahr 1995 wurde Lupin wieder Mitglied des Orden des Phönix und kämpfte im Zweiten Krieg gegen Voldemort. Während dieser Zeit wurde er auch wieder mit seinen alten Freunden James und Lily und Sirius konfrontiert, die ihm im Leben nach dem Tod erschienen waren. Leider war Lupins Zeit als Professor nicht von langer Dauer, da er aufgrund seiner Wehrwolfsidentität entlassen wurde. Lupin war der Ansicht, dass er nicht in der Lage sein würde, ein guter Vater für sein Kind zu sein und dass sein Wehrwolf-Gen es für ihn schwierig machen würde, ein normales Leben zu führen. Nach seiner Entlassung wandte sich Lupin wieder dem Kampf gegen die dunklen Künste zu und schloss sich der neu gegründeten Widerstandsgruppe an. Lupin spielte eine wichtige Rolle bei der Planung und Durchführung der Operation, um Voldemort und seine Anhänger zu besiegen. Leider endete Lupins Leben tragisch, als er und seine Frau Tongs während der Schlacht von Hogwarts im Kampf gegen die Todesser getötet wurden. Ihr Sohn Teddy Lupin wurde von seiner Großmutter Andromeda Tongs aufgezogen. Insgesamt war Remus Lupin ein Mann von großer Tapferkeit und Loyalität, der sein Leben der Bekämpfung der dunklen Künste und dem Schutz derjenigen widmete, die er liebte. Sein Vermächtnis lebte in der Gestalt seines Sohnes Teddy weiter, der später als Auro für das Zaubereiministerium arbeitete. In den folgenden Minuten werden wir uns in die faszinierende Geschichte des bemerkenswerten rothaarigen Gryffindor-Schülers vertiefen, der neben Harry Potter und Hermine Granger eine entscheidende Rolle beim Kampf gegen die dunklen Künste spielte. Jetzt also für dich das Leben von Ronald Weasley. Im heutigen Video werden wir über seine Lebensgeschichte und seine Person im Allgemeinen sprechen. Außerdem werden wir natürlich seine Beziehung zu Hermine Granger und seine spätere Familie analysieren. Ronald Billius Weasley ist einer der Hauptcharaktere der Harry Potter Reihe und einer der engsten Freunde von Harry Potter und Hermine Granger. Er wurde am 1. März 1980 geboren und wuchs in einer großen, aber finanziell bescheidenen Zaubererfamilie auf. Er war der jüngste von sechs Brüdern. Er hatte fünf ältere Brüder, Bill, Charlie, Percy, Fred und George und eine jüngere Schwester, Ginny Weasley. Als Kind hatte Ron oft mit dem Gefühl zu kämpfen, im Schatten seiner älteren Brüder zu stehen. Er fühlte sich unsicher und manchmal etwas überflüssig. Diese Unsicherheit zeigte sich auch in seinem Verhalten in Hogwarts. Doch trotz seiner Unsicherheit schaffte es Ron, Freunde zu finden, darunter Harry Potter und Hermine Granger. Ron lernte Harry Potter im Alter von elf Jahren in Hogwarts kennen, als sie zusammen im Zug nach Hogwarts fuhren. Obwohl Ron zu Beginn der Freundschaft etwas eifersüchtig auf Harrys Ruhm war, wurden die beiden schnell enge Freunde und Ron halte Harry dabei, das Geheimnis um den Stein der Weisen aufzudecken. In Hogwarts war Ron im Haus Gryffindor und hatte eine Vorliebe für das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste und das Quidditch-Spiel. Er war ein talentierter Hüter und trat später dem Gryffindor-Quidditch-Team bei, das ist jedoch erst im sechsten Jahr passiert. Ron hatte auch eine romantische Beziehung mit Lavender Brown während seines sechsten Schuljahres, obwohl diese Beziehung eher oberflächlicher Natur war. Später während des Krieges kam er schließlich mit Hermine zusammen, als sie beide bei der Suche nach Horcruxen halfen. Ron spielte eine wichtige Rolle bei der Zerstörung eines Horcruxes und half dabei, das Schicksal der Zaubererwelt zu verändern. Nach dem Krieg arbeitete Ron zusammen mit seinem Bruder George in ihrem Scherzartikelladen, Weasleys zauberhafte Zauberscherze. Er heiratete schließlich Hermine und sie bekam zwei Kinder zusammen, Rose und Hugo Weasley. Ron war ein loyaler Freund und Familienmitglied, das immer für seine Lieben eintrat und ihnen half, auch in den schwierigsten Zeiten. Das erstmal zur allgemeinen Beschreibung, jetzt kommen wir zu den einzelnen Bestandteilen seines Lebens. Kommen wir erstmal zu seiner Familie. Rons Familie, die Weasleys, sind eine große Zaubererfamilie in der Welt von Harry Potter. Sie sind eine reinwütige Zaubererfamilie und leben in einem alten, aber gemütlichen Haus, dem Fuchsbau, das in der Nähe von Ottery Sand Catchpole im Süden Englands liegt. Die Weasleys haben neun Mitglieder, Arthur und Molly Weasley und ihre sieben Kinder, Bill, Charlie, Percy, Fred, George, Ron und Ginny. Arthur Weasley, der Vater, arbeitet im Zaubereiministerium und hat eine Leidenschaft für Muggeltechnologie. Molly Weasley ist eine fürsorgliche Mutter, die das Familienleben und den Haushalt organisiert und auch im Orden des Phönix aktiv ist. Die älteren Brüder von Ron haben alle ihren eigenen Weg eingeschlagen. Bill arbeitet für die Zaubererbank Gringotts in Ägypten, Charlie arbeitet mit Drachen in Rumänien, Percy arbeitet im Zaubereiministerium und später auch für den Orden des Phönix, Fred und George gründeten ihren eigenen Laden, Weasleys zauberhafte Zauberscherze, bis Fred bedauerlicherweise im letzten Krieg stirbt. Die Weasleys haben auch eine enge Beziehung zu anderen Charakteren in der Harry Potter Reihe, wie beispielsweise zu Hagrid, dem wilden, aber liebenswürdigen Hüter von Hogwarts und zu Remus Lupin, einem ehemaligen Professor von Hogwarts und Mitglied des Orden des Phönix. Die Weasleys sind eine warme und liebevolle Familie, die sich immer füreinander einsetzen und auch für andere da sind, wenn es darauf ankommt. Kommen wir jetzt einmal zu der Beziehung zwischen Ron und Hermine. Die Beziehung zwischen Ronald Weasley und Hermine Granger war eine der wichtigsten Handlungsstränge in der Harry Potter Saga. Die beiden hatten während ihrer Schulzeit in Hogwarts oft ihre Meinungsverschiedenheiten und stritten sich häufig, aber trotzdem hatten sie auch viele gemeinsame Abenteuer und kämpften Seite an Seite gegen die dunklen Mächte. Nach dem Ende des Krieges und dem Sieg über Voldemort fanden Ron und Hermine schließlich zueinander und begannen eine romantische Beziehung. Sie heirateten und bekamen zwei Kinder, Rose und Hugo Weasley. Rose Weasley war eine begabte Schülerin in Hogwarts, die ihrem Vater in vielerlei Hinsicht ähnelte. Sie hatte rote Haare und Sommersprossen wie ihr Vater und war eine talentierte Hexe genauso wie ihre Mutter. Sie war auch sehr klug und erhielt gute Noten in der Schule. Hugo Weasley, der jüngere Sohn von Ron und Hermine, war ebenfalls in Hogwarts. Er war jedoch etwas ruhiger als seine Schwester und hatte eine Vorliebe für das Fach Kräuterkunde. Er war ein guter Freund von Elvis Potter, dem zweiten Sohn von Harry Potter und Ginny Weasley. Die Familie von Ron und Hermine waren eng verbunden mit der Familie von Harry und Ginny, sowie anderen engen Freunden und Verbündeten. Zusammen kämpften sie im Krieg gegen die Todesser und kämpften für die Freiheit und Gerechtigkeit in der magischen Welt. Kommen wir nun zu Rons Berufung. Nach dem Ende des Krieges und der Niederlage von Voldemort hatten Ron Weasley und seine Freunde Harry Potter und Hermine Granger große Schwierigkeiten, einen Beruf zu finden, der ihren Interessen und ihren Fähigkeiten entsprach. Ron hatte während seiner Schulzeit in Hogwarts oft Schwierigkeiten in der Schule und wusste nicht genau, was er nach seinem Abschluss tun sollte. In der Zeit nach dem Krieg arbeitete er erst in dem Geschäft seines Bruders George Weasley, Weasleys zauberhafte Zauberscherze, nachdem Fred im letzten Krieg gestorben war, um ihm bei der Wiederherstellung des Geschäftes zu helfen. Schließlich fand Ron jedoch seinen eigenen Weg und arbeitete für eine Weile als Auror, ein Agent des Zaubereiministeriums, der für die Aufspürung und Festnahme von dunklen Zauberern und Hexen verantwortlich ist. Er arbeitete gemeinsam mit Harry Potter und anderen Freunden im Kampf gegen die verbliebenen Todesser und half dabei, die magische Welt wieder zu stabilisieren. Er genoss das Leben als Familienvater und war immer für seine Freunde da, wenn sie ihn brauchten. Kommen wir nun einmal zu Rons Schulzeit. In Hogwarts wurde Ron in das Haus Gryffindor eingeteilt, wo er schnell Freundschaft mit Harry und Hermine schloss. Er hatte oft mit den Erwartungen seiner Familie zu kämpfen, die bereits eine Reihe von erfolgreichen Zauberern hervorgebracht hatte. Aber Ron tat sich in der Schule oft schwer und hatte Schwierigkeiten, mit Hermine in Bezug auf akademische Leistungen zu konkurrieren. Trotzdem erwies sich Ron als treuer Freund und Verbündeter für Harry und Hermine und gemeinsam erlebten sie viele Abenteuer und Kämpfe gegen die dunklen Mächte, die die magische Welt bedrohten. Ron trug dazu bei, den Stein der Weisen zu schützen, kämpfte gegen den Basilisken in der Kammer des Schreckens, half bei der Rettung von Sirius Black und kämpfte in der Schlacht von Hogwarts gegen Voldemort und seine Anhänger. Obwohl er keine herausragenden akademischen Leistungen erzielte, hatte Ron eine Vorliebe für das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste und war auch ein talentierter Schachspieler. Er hatte eine Schachbegabung, die es ihm ermöglichte, die besten Gegner am Schach zu besiegen, wie wir sogar im Stein der Weisen sehen können. Kommen wir nun einmal zu Rons Freundschaften. Ron hatte in Hogwarts, wie schon erwähnt, zwei sehr enge Freunde, Harry Potter und Hermine Granger. Zusammen bildeten sie das berühmte Trio, das in den Jahren ihrer Schulzeit viele Abenteuer erlebte und gegen die dunklen Mächte kämpfte. Ron und Harry lernten sich im Hogwarts Express kennen und wurden schnell Freunde. Sie teilten viele Gemeinsamkeiten, wie ihre Liebe zum Quidditch und ihre Abneigung gegenüber Slytherin. Obwohl sie sehr unterschiedliche Persönlichkeiten hatten, ergänzten sie sich einander gut und bildeten eine starke Freundschaft. Hermine traf Ron und Harry im Hogwarts Express, als sie auf dem Weg zur Schule waren und obwohl sie sich anfangs nicht besonders mochten, entwickelte sich im Laufe der Zeit eine enge Freundschaft zwischen den drei Schülern. Hermine war eine brillante Schülerin und unterstützte Ron und Harry bei vielen Abenteuern mit ihrem Wissen und ihrer Intelligenz. Neben Harry und Hermine hatte Ron auch andere Freunde in Hogwarts, darunter seine Brüder Fred und George, mit denen er oft Scherze trieb und gemeinsam Quidditch spielte. Er war auch mit Neville Longbottom und Luna Lovegood befreundet und arbeitete mit ihnen zusammen, um gegen dort Voldemort und seine Anhänger zu kämpfen. Insgesamt war Ron von vielen Freunden umgeben und hatte während seiner Zeit in Hogwarts viele enge und bedeutsame Beziehungen aufgebaut. Kommen wir nun zu Rons Intelligenz und seinen Charaktereigenschaften. Ronald Weasley hatte sicherlich seine eigenen Stärken und Talente. Aber Intelligenz war nicht unbedingt eine seiner herausragendsten Eigenschaften. Im Vergleich zu seinen Freunden Harry Potter und Hermine Granger, die beide sehr intelligent waren, war Ron eher durchschnittlich. Das bedeutet jedoch nicht, dass Ron dumm war oder kein Talent hatte. Er hatte eine gute Vorstellungskraft und Kreativität und konnte in bestimmten Bereichen wie zum Beispiel Quidditch oder Schach hervorstechen. Ron war auch in der Lage, schwierige Situationen zu bewältigen und seine Freunde in Zeiten der Not zu unterstützen. Zudem ist es wichtig zu erwähnen, dass Intelligenz auf verschiedenste Weise definiert werden kann und es nicht immer um akademische Leistungen geht. Ron hatte zum Beispiel eine hohe emotionale Intelligenz und konnte oft die Stimmung in einer Gruppe lesen und darauf reagieren. Er hatte auch eine gute Menschenkenntnis und konnte oft andere Menschen einschätzen. Insgesamt war Ron ein wichtiger Teil des Trios und konnte durch seine eigenen Stärken und Talente dazu beitragen, alles zu lösen, was sich ihnen in den Weg stellte. Jetzt noch einmal ein paar Charaktereigenschaften von Ron. Loyalität Ron war loyal gegenüber seinen Freunden und unterstützte sie in schwierigen Situationen. Ein Beispiel dafür ist, als er und Hermine Harry halfen, den Stein der Weisen zu beschützen. Mut Ron zeigte Mut, als er und Harry sich durch das Schachspiel in Hogwarts kämpften, um zum Stein der Weisen zu gelangen. Auch als er sich später im Kampf gegen Voldemort und seine Anhänger vor sie stellte, zeigte er Mut. Humor Ron hatte einen ausgeprägten Sinn für Humor und brachte oft seine Freunde zum Lachen, besonders wenn sie sich in schwierigen Situationen befanden. Ein Beispiel dafür ist, als er und Harry sich als Crab und Goyle verkleideten und in den Slytherin-Gemeinschaftsraum schleichen. Eifersucht Ron hatte manchmal Schwierigkeiten, seine Eifersucht auf Harrys Erfolge zu verbergen, insbesondere wenn es um Quidditch ging. Ein Beispiel dafür ist, als er Harry beschuldigte, ihn im Quidditch-Team auszustechen. Ungeduldig Ron konnte manchmal ungeduldig sein, insbesondere wenn er das Gefühl hatte, dass etwas nicht schnell genug passierte. Ein Beispiel dafür ist, als er in der Kammer des Schreckens festsitzt und darauf drängt, schnellstmöglich gerettet zu werden. Ehrlichkeit Ron war ein ehrlicher Charakter und sagt oft seine Meinung, auch wenn sie unangenehm war. Ein Beispiel dafür ist, als er Harry sagt, dass er seine Freundschaft mit Bruna Lovegood nicht verstehen kann. Familienbewusstsein Ron hatte eine starke Bindung zu seiner Familie und machte sich oft Sorgen um ihre Sicherheit. Ein Beispiel dafür ist, als er sich dafür entschied, mit Harry und Hermine zu gehen, um den Horcruxen nachzujagen und sie zu zerstören, anstatt bei seiner Familie zu bleiben. Abenteuerlustig Ron hatte eine abenteuerlustige Persönlichkeit und war oft bereit, Risiken einzugehen, um neue Dinge zu erleben. Ein Beispiel dafür ist, als er und Harry nachts heimlich in Hagrids Hütte gehen, um mehr über die verbotene Abteilung zu erfahren. Jetzt noch ein paar Fakten über Ron, die vielleicht interessant sind. Ron hat ein fast fotografisches Gedächtnis, wenn es um Schach geht. Das ist auch der Grund, warum er im ersten Jahr in Hogwarts in der Lage war, Harry und Hermine durch das riesige Schachbrett zu leiten. Er ist also ein talentierter Schachspieler und hat in Hogwarts ein eigenes Schachbrett. Er hat auch eine Vorliebe für das Sammeln von Schachfiguren, insbesondere, wenn sie aus Schokolade sind. Obwohl er eine gewisse Unfähigkeit hat, Zaubersprüche auszusprechen, hat Ron eine starke Affinität zur Zauberkunst. Er hat auch ein Talent für das Erkennen von Zauberei und magischen Gegenständen. Ron hat eine Furcht vor Spinnen, die er durch seine Begegnung mit Aragog in Harry Potter und die Kammer des Schreckens entwickelt hat. In der ursprünglichen Version von Harry Potter und der Halbblutprinz hatte Ron einen größeren Handlungsstrang, der jedoch aus der endgültigen Veröffentlichung des Buches gestrichen wurde. Ron war immer ein treues und loyales Mitglied seiner Familie und half seinen Freunden und Verbindeten in schwierigen Zeiten. Sein Beitrag zur Niederlage von Lord Voldemort und sein Erfolg im Familienunternehmen machten ihn zu einem wichtigen Mitglied der Zaubererwelt. Das Leben von Luna Lovegood Luna Lovegood ist eine der interessantesten Persönlichkeiten und einer der außergewöhnlichsten Charaktere der Harry Potter Saga. Sie ist klug, mutig und ohne sie würden die Harry Potter Filme und Bücher nicht dieselben sein. Im heutigen Video werden wir auf ihre Lebensgeschichte und ihre Person eingehen. Luna wurde am 13. Februar im Jahr 1981 als einziges Kind von Xenophilius und Pandora Lovegood geboren. Schon als Kind fiel Luna durch ihre merkwürdigen Ansichten und Verhaltensweisen auf. Sie glaubte an Wesen wie Nagel und andere Wesen, von denen sie glaubte, dass sie um sie herum existierten. Dies machte es ihr schwer, Freunde zu finden und sie wurde oft von anderen Kindern gehänselt. Doch Luna war keineswegs traurig darüber. Sie war glücklich in ihrer eigenen Welt und ihrem Glauben an das Unbekannte. Im Alter von neun Jahren starb Lunas Mutter bei einem Zauberunfall. Dies hatte einen großen Einfluss auf Luna, die nun noch mehr in ihre Fantasiewelt flüchtete, um der Trauer zu entkommen. Ihr Vater, Herausgeber des Magazins der Klitterer, arbeitete viel und hatte wenig Zeit für seine Tochter. Dies führte dazu, dass Luna oft alleine war und sich in ihrer eigenen Welt verlor. Mit ihren hüftlangen, zerzausten, aschblonden Haaren und ihren entrückt blickenden Glubschaugen vermittelt Luna einen Eindruck, der selbst in der Zaubererwelt als unnormal und verrückt bewertet wird. Luna trägt zusätzlich zu ihrem Verhalten auch noch ihren einzigartigen, eigenartigen Schmuck, wie in etwa einer Halskette aus Butterbierkorken oder Radiesien als Ohranhänger. Ihren Zauberstab steckt sie sich immer hinters Ohr, um ihn griffbereit zu haben. Sie glaubte an die Existenz solcher Wesen wie schrumpfhörnige Schnarchkackler, die in der magischen Welt unbekannt sind und als Aberglaube gelten. Mit ihrer verträumten Stimme erklärt sie die Tagesereignisse oder die Machenschaften des Zaubereiministeriums als Folge unergründlicher Verschwörungen. So ist sie zum Beispiel davon überzeugt, dass der Zaubereiminister Fudge eine Privatarmee aus Heliopathen unterhalte. Kommen wir nun einmal zu Lunas Eigenschaften. Sie ist exzentrisch. Luna ist sehr unkonventionell und hat eine einzigartige Persönlichkeit. Sie hat oft ungewöhnliche Ansichten und Interessen, die von anderen als merkwürdig empfunden werden können. Sie trägt gerne bunte Kleidung, hat eine Vorliebe für Haarschmuck und eine spezielle Brille. Sie ist aber auch sehr intelligent, obwohl Luna manchmal als naiv oder seltsam angesehen wird, ist sie in Wirklichkeit sehr klug und hat ein tiefes Verständnis für die Magie und magische Kreaturen. Luna ist auch sehr scharfsinnig und in der Lage, Muster und Zusammenhänge zu erkennen, die anderen möglicherweise entgehen würden. Luna ist sehr freundlich. Sie ist eine nette und freundliche Person. Sie ist bereit, anderen zu helfen, wenn sie kann und versucht immer, das Beste in anderen zu sehen. Ihre Freunde schätzen ihre ruhige und nachdenkliche Art. Außerdem ist Luna sehr mutig. Obwohl Luna manchmal als ängstlich angesehen wird, ist sie tatsächlich sehr mutig und bereit, für das einzustehen, was sie für das Richtige hält. Sie hat mehrmals bewiesen, dass sie furchtlos sein kann, insbesondere als sie und ihre Freunde in den letzten beiden Büchern der Harry Potter-Reihe gegen die Todesser kämpften. Sie ist sehr spirituell. Luna hat eine tief verwurzelte Spiritualität und glaubt an Dinge wie Karma und Reinkarnation. Sie ist auch sehr offen für die Idee von magischen Kreaturen und Geistern. Insgesamt ist Luna eine sehr faszinierende und einzigartige Person, die sich von anderen in der magischen Gemeinschaft unterscheidet. Ihre ungewöhnlichen Eigenschaften und Überzeugungen machen sie zu einem der interessantesten und inspirierendsten Charaktere in der Harry Potter-Geschichte. Und auch sie besuchte, als es für sie soweit war, die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Als Luna in Hogwarts eingeschult wurde, wurde sie ins Haus Ravenclaw einsortiert. Der sprechende Hut hat sie zwar dem Hause Ravenclaw zugeteilt, aber sie ist auch innerhalb ihres Hauses eine Außenseiterin gewesen. Obwohl sie von vielen anderen Schülern als seltsam angesehen wurde, fand sie schnell Freunde in Harry Potter, Ronald Weasley und Hermine Granger. Die vier verwandt eine gemeinsame Erfahrung. Sie alle hatten Kämpfe mit Lord Voldemort und seinen Anhängern überlebt. Luna war eine wichtige Unterstützung für die Gruppe, da sie eine einzigartige Sichtweise auf die Welt hatte und ihnen half, Dinge aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Luna war eine sehr talentierte Hexe und entwickelte während ihrer Schulzeit viele Fähigkeiten. Sie war eine begnadete Fliegerin und konnte auf dem Besen fliegen wie kaum eine andere. Außerdem beherrschte sie die Kunst der Legitimantik und konnte damit Gedanken lesen. Als Harry und seine Freunde die Heiligtümer des Todes suchten, schloss Luna sich ihn an. Sie glaubte an die Legende der Heiligtümer und wollte Harry und seinen Freunden helfen, sie zu finden. Während der Suche gerieten sie in viele gefährliche Situationen, aber Luna blieb tapfer und optimistisch. Während ihrer Zeit in Hogwarts erlebte Luna viele Abenteuer und wurde bekannt für ihre unkonventionelle Persönlichkeit und ihre einzigartigen Fähigkeiten. Sie war besonders gut im Erkennen von Verkleidungen und Tarnungen und hatte ein besonderes Talent für das Erkennen von Geistern und anderen magischen Wesen. Sie half den anderen, wenn sie konnte und brachte eine positive Energie in die Gruppe. Nachdem Voldemort besiegt worden war, kehrte Luna in ihr Elternhaus zurück. Sie besuchte Hogwarts nicht mehr und verbrachte ihre Zeit damit, Artikel für den Glitterer zu schreiben und ihre Forschung über magische Wesen fortzusetzen. Sie blieb aber trotzdem mit Harry, Ron und Hermine in Kontakt und half ihn, wo sie konnte. Eine Sache, die ich persönlich an dem Charakter von Luna sehr doll respektiere, ist folgende. Luna lügt nie und spricht auch unangenehme Wahrheiten aus, denn trotz ihrer verträumten Art ist sie sehr intelligent. Als Luna schließlich erwachsen wurde, wurde sie zu einer der führenden Expertinnen für magische Wesen und veröffentlichte viele Artikel und Bücher über das Thema. Sie heiratete schließlich einen Mann namens Rolf Skamander, den Enkel des berühmten Magizologen Newt Skamander. Gemeinsam reisten sie um die Welt, um neue magische Wesen zu entdecken und zu studieren. Luna und Rolf hatten zwei Kinder und führten ein glückliches Leben, aber Lunas Leben sollte nicht immer so glücklich sein. Während des zweiten Zaubererkrieges wurde ihr Vater von Voldemort und seinen Anhängern entführt, weil er Informationen über den Aufenthaltsort von Harry Potter preisgeben sollte. Luna und ihre Freunde halfen bei der Rettung von Xenophilius, aber dieser Vorfall hatte eine tiefe Wirkung auf Luna. Sie erkannte, dass ihre eigene Unabhängigkeit und Freiheit von denen abhing, die sie liebte und dass sie bereit war, alles zu tun, um sie zu schützen. Nach dem Krieg kämpfte Luna weiter gegen die Unterdrückung von Mogelgeborenen und anderen Minderheiten an. Luna war eine wichtige Stimme in der Harry Potter Saga und brachte ihre Sichtweise und Optimismus immer mit. Luna musste jedoch auch schwierige Entscheidungen treffen. Luna entschied sich, für den Widerstand zu kämpfen und ihr Leben zu riskieren, um für das einzustehen, was sie für das Richtige hielt. Diese Entscheidung hatte jedoch Konsequenzen, als Rolf und ihre Kinder in Gefahr gerieten und Luna gezwungen war, sie zu schützen. Lunas Charakterentwicklung war jedoch nicht nur von Konflikten und schwierigen Entscheidungen geprägt. Sie entwickelte auch eine enge Freundschaft mit Neville Longbottom, einem anderen Schüler aus Hogwarts, der ebenfalls von anderen Schülern gehänselt wurde. Luna und Neville fanden Trost in der Gesellschaft des Anderen und halfen sich gegenseitig ihre Ängste zu überwinden. Sie arbeiteten auch zusammen, um die Schwachstellen von Voldemort und seinen Anhängern zu finden und auszunutzen. Kommen wir nun einmal zu Lunas Berufung. Nach dem Abschluss der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei hatte Luna Lovegood keine klare Berufung, jedenfalls noch nicht. In einem Interview mit dem Glitterer gestand sie, dass sie immer noch unsicher war, was sie mit ihrem Leben anfangen sollte. Luna hatte jedoch immer eine Leidenschaft für magische Kreaturen und glaubte, dass es ihre Bestimmung war, ihnen zu helfen und sie zu schützen. Nach der Niederlage von Lord Voldemort und dem Ende des Zweiten Zaubererkrieges schlug Harry Potter Luna vor, dass sie eine Karriere im Magizologie-Department des Zaubereiministeriums in Betracht ziehen könnte. Kommen wir nun zu ihrem Ehemann und ihren Kindern. Luna Lovegood heiratete, wie schon erwähnt, Rove Skamander, den Enkel des berühmten Magizologen Newt Skamander. Rove und Luna hatten eine gemeinsame Leidenschaft für magische Kreaturen und teilten viele Abenteuer bei der Suche nach seltenen und gefährdeten Arten auf der ganzen Welt. Sie bekamen zwei Kinder, zwei Söhne, Lawson und Lysander. Lawson und Lysander waren in Hogwarts Schüler im selben Jahrgang wie James Sirius Potter, Elvis Severus Potter und Lily Luna Potter, den Kindern von Harry Potter und Ginny Weasley. In ihrer Schulzeit waren sie gute Freunde und teilten das Interesse an magischen Kreaturen ihrer Mutter. Es ist nicht viel über das Leben von Luna und Rove nach dem zweiten Zaubererkrieg bekannt, aber es ist anzunehmen, dass sie weiterhin in der Magizologie tätig waren und ihre Kinder bei ihren Abenteuern mitnahmen. Wie auch ihre Mutter engagierten sich Lawson und Lysander für den Schutz der magischen Kreaturen und unterstützten die Arbeit ihrer Eltern. Im Laufe ihres Lebens wurde Luna zu einer wichtigen Persönlichkeit in der magischen Welt. Sie war eine Expertin für magische Wesen, eine Kämpferin für Freiheit und Gleichheit und eine Freundin für viele. Sie wurde von ihren Freunden und Bewunderern gleichermaßen geschätzt und respektiert. Lunas Geschichte ist eine Geschichte von Mut, Freundschaft, Liebe und Optimismus. Sie war eine Person, die ihren eigenen Weg ging und ihre Überzeugungen hochhielt, auch wenn dies schwierig war. Ihre Sichtweise auf die Welt war einzigartig und half anderen, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Luna Lovegood wird für immer in Erinnerung bleiben als eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten der magischen Welt und ihr Vermächtnis wird noch lange überdauern. Ihre Arbeit als Autorin und Forscherin inspirierte viele junge Zauberer und Hexen, sich für magische Wesen und ihre Rechte einzusetzen. Und so endet die Geschichte von Luna Lovegood, einer Person, die ihre Spuren in der magischen Welt hinterlassen hat und deren Leben und Werk noch lange nach ihrem Tod weiterleben werden. Sie inspiriert uns, für das einzustehen, was wir für richtig halten, auch wenn es schwierig ist. Sie hat uns gezeigt, dass wir die Welt verändern können, wenn wir uns trauen, für das einzustehen, was wir glauben. Auch wenn der Weg dahin steinig ist, sollten wir uns immer dabei selbst treu bleiben. Luna hat uns außerdem gelehrt, wie wichtig Freundschaft und Liebe sind. Durch ihre Freundschaft mit Neville hat sie gezeigt, wie viel Unterstützung und Stärke man durch die Freundschaft mit anderen erhalten kann. Und ihre Beziehung mit Neville hat uns gezeigt, dass Liebe keine Grenzen kennt und dass sie uns die Kraft geben kann, die wir brauchen, um schwierige Herausforderungen zu meistern. Die Geschichte von Luna Lovegood ist also nicht nur eine Geschichte über eine bemerkenswerte Persönlichkeit, sondern auch eine Geschichte über die Kraft der Freundschaft, der Liebe und des Mutes. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn es das hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.